Hallo zusammen zu diesem ersten Rennen hier aus F1 2020. Zum allerersten Mal ein Rennen hier in diesem offiziellen Spiel. Und ich habe mir gedacht, wir probieren heute mal die Strecke in Österreich aus. Und was wir auch vor allem machen, ist die KI ein bisschen testen. Wie gut sind die KI-Gegner geworden? Wie reagieren sie? Machen sie vielleicht auch Fehler? Und genau das versuchen wir in diesem Video mal herauszufinden. Und zwar fahren wir mit dem Alpha Tauri, ein sehr hübsches Auto auf jeden Fall. Und wir nehmen Gasly und hier natürlich wählen wir die Strecke in Österreich aus. Und wir fahren auf Legende. Ich mache das Ganze 50% Einführungsrunde. Die lassen wir mal an. Ja und ich zeige euch dann einfach die wichtigsten Ausschnitte dieses Rennens in diesem 50% Rennen. Und dann sind wir gespannt, ob das hier richtig cooles Racing wird. Und los geht's! I know what you can do. Don't let me down. So, wir schauen kurz auf die Rennstrategie. Wir sollen einen Stopp hier machen. Sackt unsere Rennabteilung. Wir haben schönes Wetter heute in diesem Rennen. Ja und dann geht's doch direkt los! So, hier ist die Kurve. Direkt Battle mit Ocon. Ah, kein Platz hier. Ja, die erste Runde ist noch nicht vorbei, Bruder. Start war schon mal ganz gut. So, und jetzt bleiben wir hier an Magnussen dran. So, die nehmen wir ordentlich mit, den Körbchen. So, das RRS hat gerade so gereicht für die erste Runde. Wir hängen uns dran an Magnussen. Der ist aber recht, recht flott auf der vorne. So, also die KI auf 95 ist auf jeden Fall nicht ohne. Klar, wir haben hier das Standard-Setup. Aber ich meine mich zu erinnern... Boah, da haben wir direkt vom Teamkollegen angegriffen. Ich meine mich zu erinnern, dass die KI in 2019 nicht so stark war. Also im Vergleich zu anderen Strecken. So, und jetzt haben wir DRS. So, jetzt kommen wir vielleicht an Magnussen hier vorbei. Ne. Ah, ein bisschen korrigieren müssen. So, aber jetzt vielleicht... Ja, der Topspeed reicht nicht ganz. Also mit dem Standard-Setup kommen wir hier nicht ganz ran vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr Heckflügel und dafür ein bisschen weniger Frontflügel auf jeden Fall. Dann auf der Geraden kommen wir da echt nicht so gut ran. So, was macht er, was macht er? Ja, bleibt drauf. Wir kommen nicht nah genug ran hier. So, aber jetzt... Magnussen geht rüber. Ja, er geht ganz, ganz nach rechts. Und er verbremst sich. Und ich verbremse mich auch. Aber wir überholen außen. So, der erste Fehler, den wir jetzt hier von der KI gesehen haben, der hat auf jeden Fall sich erstmal verbremst. Und hat ganz rechts abgedeckt. Ich weiß nicht, ob wir das in 2019 auch schon so gesehen haben. So, der nächste ist jetzt Ocon. Ein bisschen ERS-Sets sparen die Runde noch. Ah, ist weit rausgekommen. Wir sind hier auch regulär unterwegs. Also alles gut. So, kommen wir an Ocon auch noch vorbei. Der geht auch nach rechts. Oh, und die beiden crashen hier fast. Sainz und Ocon. Und wir sind auf An Ocon vorbei. Wir sind jetzt auf P13. Oh, er kommt zurück. Ah, er bremst sich hier rein. Er bremst sich hier rein. Neben uns. Oh, das wird richtig ein Rad-an-Rad-Duell. Boah. Da sind wir wieder vorbeigekommen. So, die ersten Kandidaten gehen hier an die Box. So, und wir sind jetzt hinter Paris. So. Wir sind auf jeden Fall im DAS. Und wir müssen diese Runde reinkommen. Vielleicht kriegen wir ja Paris noch. Boah. Na, nicht optimal rausgekommen jetzt. So, die Reifen sind tot. Die Reifen sind richtig tot. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich in die Box. Wir sind immer noch hinter Paris. Auf die Geraden hat es nicht geklappt. Hui. Knapp. Der erste Boxen-Stop. GnF1 2020. So, Paris kommt wieder vor uns raus. Schau nach diesen Runden jetzt. Wir wollen die Runde auf diesem Kompond. Wir sind direkt wieder im DAS. Ich habe so das Gefühl, es könnte ein ganz gutes Rennen werden. So, die bekriegen sich. Und Norris verbremst sich da ein bisschen. Hat ein bisschen stehendes Vorderrad. Aber der kämpft gegen Crochon. Wir nutzen das Ganze hier aus. Gehen außen vorbei, vielleicht. Ah, ein bisschen Platz lassen. Das hat geklappt. Boi. So, ein bisschen ruppig drüber gefahren. Boah. Da habe ich nicht aufgepasst, dass er da kommt. Hat auf jeden Fall rübergezogen. Und wollte da vorbeigehen, der Paris. Der Gute. Aber wir fokussieren uns nach vorne. Der nächste ist Norris. Das ist in dem DAS-Fenster. Kommen da ein bisschen näher ran. Also man hat gesehen, wie Paris attackiert hat auf jeden Fall in der ersten Kurve. Wo ich nicht damit gerechnet habe, dass er da vorbeigeht und reinzieht. da war die KI bisher immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Da hätte ich sogar abdecken müssen. Rechts. So, und jetzt greifen wir einen McLaren an. So, und Norris geht auf die rechte Seite. Geht ganz rüber. So, und jetzt sind wir hinter Grosjean. Da gibt es auch noch ein Battle jetzt. Was macht er? Er zieht nicht rüber. Och, er zieht rüber. Er hat hier zugemacht. Bojo bleibt ganz rechts. Mit seinen harten Reifen. Boah. Also da kann man ordentlich kämpfen hier. Ei. Also das macht auf jeden Fall Laune. Das macht richtig Laune. So, Grosjean auch gepackt. Okay. Da wird ein McLaren langsam und... Sainz hat einen Motorschaden. Sainz hat einen Motorschaden. Ah, hier geht es richtig zur Sache. In diesem ersten Rennen. Krass. Und damit sind wir auf P9. Greift er jetzt an. Wir kommen da immer recht gut raus aus der letzten Kurve. Hat Paris eigentlich gar keine Chance hier ranzukommen. So, aber jetzt müsste er... Ja, nee. Er kommt noch nicht... Noch nicht hin. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt verteidigen wir. Oh, und er zieht, er zieht ganz innen rein. Er hat da tatsächlich versucht, ganz innen rein zu gehen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Aber er hat nochmal zurückgezogen. They're speeding up again, So, und jetzt machen wir mal folgendes Belassen, jetzt kurz die zwei Kollegen hier wieder vorbei, damit wir noch ein paar gute Fights haben. Und schauen wir mal, wie sich die beiden hier verhalten, wenn wir hier attackieren. So, wir sind jetzt hinter Perez. Perez geht ganz rüber. Oh, er lässt hier gar keinen Platz. Also da war rechts null Platz, um vorbeizugehen. Schauen wir mal, was er auf der Start-Zielgeraden macht. Da werden wir auf jeden Fall nochmal mit Overtake attackieren. Wieder ein bisschen weit raus. Mit DRS, was macht er? Na, er ist nicht ganz rübergezogen. Ich hätte jetzt erwartet, dass er ganz rüber zieht. Aber jetzt Grosjean im Anmarsch. So, Grosjean im Rückspiegel. Jetzt passen wir mal auf, was er macht. Wie er angreifen wird. Den werden wir auf jeden Fall abdecken. Auf der rechten Seite. Ohne Overtake. Okay, der Auto dahinter befindet sich bei 5 Tentz. 5 Tentz. Ah. Geht da gut vorbei. So. Und Perez lassen wir auch kurz durch. Ah, der attackiert jetzt wieder Grosjean. Also hier geht's nochmal ab, die letzten Runden. So, und jetzt sind wir gespannt. So, jetzt zu dritt. Boah. Ja, also die fahren schon echt gut, muss ich sagen. Für KI-95. Ganz ordentlich. Ich habe mich bisher sonst nicht so schwer getan. Gegen eine 95 KI. Also da muss man schon ordentlich ranklotzen. So, und jetzt werden wir auf jeden Fall noch Grosjean attackieren. Um das hier noch abzuchecken. Wie er sich verteidigt. Dann schauen wir mal auf die lange Gerade nochmal. Ah. Bisschen Wheels drin. Ah, geht rüber. Deckt hier ab. Also ich habe bisher einen Fehler gesehen. In diesem Rennen. Den die KI gemacht hat. Einen harten Verbremser. Aber Grosjean hat bisher auch keine Fehler gemacht. Und die anderen Kollegen hier auch noch nicht. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir ran. Die letzte Runde. Ja, geht ganz rüber. Bottas gewinnt. Und da sind wir wieder vorbei an Grosjean. Kommt er hier nochmal. Also man muss sagen, dass die KI einiges cleverer geworden ist. Ja, und die Grosjean greift hier auch nochmal an. Und zieht hier auch innen rein. Und zieht hier auch innen rein. Können wir nochmal in den Overtake gehen. Foto-Finish. Also, es macht auf jeden Fall Spaß gegen die KI zu fighten. Sie macht auch ein paar Fehler. Fahrer des Tages. Jawohl. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was die KI hier im Stande ist zu leisten. Das war auf jeden Fall das erste Rennen hier aus F1 2020. Dem offiziellen Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin haut rein und abonnieren. Und fleißig Daumen nach oben. Und dann, ciao, ciao.